Hallo, ich sehe irgendwie so ein bisschen fertig aus. Warum? Weil ich habe jetzt einen langen Drehtag hinter mir. Ich habe mit Andrea heute acht oder neun Filme, das wissen wir nicht ganz so genau, gedreht. Auf jeden Fall sind es acht, die wir im zweiwöchigen Rhythmus jetzt bei Silverwum zeigen werden. Ich kann euch sagen, das war für mich ziemlich schwere Kost, weil da waren so viele Details, die mir noch nie jemand vorher erzählt hat. Es ist total spannend, es ist teilweise sehr erschreckend, was uns so vorenthalten wird. Und schaut mal rein, es lohnt sich wirklich alle zwei Wochen sich die Filmchen anzugucken, auch bis hinten anzugucken, weil es sind so viele wertvolle Informationen drin. Ihr wisst, Andrea hat sich auf Frauengesundheit spezialisiert, vor allen Dingen Frauen in meinem Alter zum Beispiel, die gerade in den Wechseljahren stecken. Also, die Filme sind im Kasten. Ich werde jetzt mal schauen, in welcher Reihenfolge die positioniert sind. Aber nächste Woche geht es los. Schaut rein, wenn es dann heißt, die Filme mit Andrea kommen. Tschüss! 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 Vielen Dank.